Hallo und herzlich willkommen zu Hard 50 von Fallout 4 und ich weiß immer noch nicht. Das können wir machen. Besorge Abraham Finch's Schwert. Das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Das können wir machen. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Wo ist denn das? Da müssen wir hin. Haben wir das schon entdeckt? Nein. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Jetzt sind wir bei der Coviga-Fertigungsanlage. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen... ...gehen wir in die Richtung nach unten. Dann gehen wir doch erst mal da hoch. Das würde mich jetzt einmal interessieren. Das sind bestimmt lauter Viecher drin. Das hat sich schon so... ...piechig am... Ich wusste es. Warte. Draußen ist was. Natürlich. Was für die Lampe. Ich wollte nachdem ich um die Lampe. Keine Ampe. So, keine Ampe. Das ist so. Ich freue mich. Wer hat da was gesagt? Ich hab nix gesagt. Ihr bist von nichts, von keinem Wort, das ich verwendete. Es sind schon einige Maulwurfsraten. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich war schon mal hier. Hier, war ich schon mal hier? Troops, Exotic, Father, Forget, Butter, Stated, Settle, Leaked, Reasoned, Tastes, Points, Tables, Troops, Tor, Proofen? Ich bin was mit T. Also es ist T. Dann sind es bestimmt Troops. Nein. Dann ist es das Essen hinten. Verdammt. Das war's Falsche. Das wäre es. Ich bin es. Ich bin es. Wir machen es heute nochmal. Das war ja jetzt mal krass, oder? Ja, wahrlich. Eine Gruppe Philister kam zu uns mit Versprechen froher Kunde, haben sie ihre Waren präsentiert wie billige Huren. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln, aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir blieben atomtreu und badeten die Ungläubigen in glorreicher Strahlung. Sie sind bei Atom jetzt und immer da. Das sind ja tolle Leute. Die haben doch einen Schlag, oder? Die müssen einen Schlag haben, die Kerle. Die sind bestimmt schon draufgegangen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch leben. Das ist keiner mehr, doch. Es sind auf jeden Fall zwei Stück mindestens. Was haben wir so gepiepst? Wahrscheinlich meine Energie, hm? Aha. Oh. Nein, Gott. Danke, Preston. Ich habe eine legendäre Lederrüstung gefunden. Hä? War das jetzt tatsächlich nur einer, oder was? Den habe ich doch voll erledigt, oder? Das ist komisch. Komisch, komisch, komisch. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber hey. Das werde ich mal hier entschärfen. Da ist aber scheinbar keiner mehr, oder? Ich habe immer noch das Gefühl, ich war schon mal hier. Verdächtig, verdächtig. Ah, da müssen wir hin. Was ist das? Ich speichere jetzt mal kurz, nur zur Vorsicht. Natürlich. Jetzt ist er verkrüppelt. Ich muss ihn schnell töten. Ich will nicht, dass er leidet. Der war echt verkrüppelt jetzt. Der tut mir voll leid. Bin ich jetzt an der richtigen Stelle? Haben wir hier zwei Quests? Ich denke ja. Vielleicht auch nicht. Natürlich, das war ja klar. Und drin. Ich weiß ja nicht, was da los ist, aber ich glaube, dass er in die Füße rein... Ich meine, das ist schon wieder weg, leer, was auch immer. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Ghoul hergekommen ist. Alter, wo kommt denn die Kohle denn hier? Mein Gott, ist das dein Ernst? Der hängt fest, oder? Das wäre ja lustig. Der hängt fest, oder? Der hängt fest, oder? Was ist das? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part und Tschüss!